Auch in der Krise regelmäßige Cashflows erhalten, das geht, wenn ihr eine Dividendenstrategie fahrt. Klar, rauschen euch dann auch die Kurse ab und die Dividenden können gekürzt werden. Allerdings gibt es eine gewisse Klasse an Dividendenaktien, die sogenannten Dividendenaristokraten, die sich besonders dadurch auszeichnen sollen, dass sie langfristig Dividende bezahlt haben und auch regelmäßigen Dividendenwachstum verzeichnen konnten. In diesem Video schauen wir uns mal ein paar Dividenden-ETFs und vor allem ein paar Dividendenaristokraten-ETFs an und schauen, ob sie ihr Versprechen halten können. Viel Spaß beim Video! Hi, mein Name ist Thomas von Finanzlos und im heutigen Video beschäftigen wir uns mal wieder mit einer Dividendenstrategie. Und ich meine hier eine ziemlich spezielle Dividendenstrategie, nämlich die Strategie der Dividendenaristokraten. Auf die Definition kommen wir gleich zu sprechen. In diesem Video soll es auch gar nicht darum gehen, das für und wieder von einer Dividendenstrategie abzuwägen und zum Überlegen, ob es eine gute Strategie ist oder nicht. Das haben wir nämlich in diesem Video bereits gemacht. Insgesamt sollte man beim Investieren ja auf die Gesamtrendite schauen und eigentlich nicht auf die Dividendenrendite. Aber wer eine Dividendenstrategie fährt, der hat eine gewisse Präferenz für regelmäßige Cashflows. Das kann verschiedene Gründe haben, da man zum Beispiel in Rente ist und auf den Cashflow angewiesen ist oder da man einfach eine Präferenz dafür hat und mit dem Investieren anfängt und sich denkt, ich finde es cool, wenn regelmäßig Geld auf mein Konto kommt. Wie gesagt, um dieses Thema soll es heute gar nicht gehen. Dazu gibt es ein eigenes Video. Wir beschäftigen uns jetzt zunächst einmal mit Dividendenaristokraten und definieren zunächst einmal, was das ist, bevor wir uns dann einige Aristokraten-ETFs genau anschauen. Für Dividendenaristokraten gibt es keine einheitliche Definition. Das hängt immer ein kleines bisschen von den Quellen ab. Zwei davon werden wir uns gleich auch mal anschauen. Eine Sache haben aber alle Definitionen gemeinsam, nämlich, dass Aristokraten Unternehmen sind, die Jahr für Jahr ihre Dividendenausschüttung erhöht haben. Und hier variieren die Zeiträume ein wenig zwischen 10 Jahre beziehungsweise es geht sogar hoch bis zu 25 Jahre. Also Unternehmen werden als Aristokraten definiert, wenn sie 10 Jahre, 15 Jahre oder 20 Jahre, teilweise wie gesagt sogar 25 Jahre, ihre Dividende Jahr für Jahr erhöht haben. Wenn es zu einem Ausfall der Dividende kommt, dann verlieren sie ihren Status als Aristokraten. Dieses Kriterium setzt man deswegen an, weil es wie gesagt am Aktienmarkt Menschen gibt, denen die Dividendenrendite besonders wichtig ist und diese regelmäßige Steigerung ein Indikat dafür sein kann, dass die Dividendenzahlungen robust und solide sind. Man versucht also hier aus der Vergangenheit zu schließen, um daraus ableiten zu können, ob ein Unternehmen auch voraussichtlich in Zukunft weiterhin Dividenden bezahlt und diese im besten Fall sogar steigen. Wenn man die höchste Definition, also 25 Jahre Dividendensteigerung ansetzt, dann gibt es derzeit in den Vereinigten Staaten 116 Unternehmen, die an der Börse gelistet sind und diesem Kriterium entsprechen und in Deutschland gerade mal ein Unternehmen, was dieses Kriterium erfüllt, nämlich Fresenius. Es gibt übrigens auch Abstufungen von Dividendenaristokraten, von denen ihr vielleicht schon mal gehört habt, so wie zum Beispiel Dividenden Champions oder Dividenden Adel und die Kategorie über den Dividendenaristokraten sind die sogenannten Dividendenkönige. Das sind Unternehmen, die über 50 Jahre hinweg ihre Dividende steigern konnten. Soweit die Theorie, kommen wir jetzt einmal zur Praxis, wie man denn einzelne ETFs findet, die auf solch eine Dividenden und ganz im Speziellen auf solch eine Aristokratenstrategie setzen. Dazu gehen wir jetzt hier in den Screencast über. Wir befinden uns hier auf unserer finanzlosen ETF-Suche. Wenn ihr herausfinden möchtet, welche ETFs eine Dividendenstrategie fahren, dann könnt ihr einfach hier auf Assetklassen gehen, zunächst einmal Aktien auswählen und dann hier bei der Aktienstrategie hier direkt das zweite auswählen, nämlich Dividenden. Dann seht ihr, dass es insgesamt 77 Ergebnisse gibt. Das heißt, es gibt hier 77 Aktien-ETFs, die eine Dividendenstrategie fahren, also auf Unternehmen setzen mit möglichst hohen Dividenden. Hier sehen wir die komplette Liste. Der erste sehen wir auch direkt hier schon ein Dividend Aristocrats. Das filtern wir aber gleich nochmal etwas spezifisch heraus. Wenn ihr hier übrigens auf Ausschüttungen klickt, seht ihr auch schon mal die verschiedenen Ausschüttungskennzahlen, die hier bei der ETF-Auswahl interessant sein können. Zum Beispiel die jüngste Ausschüttungsrendite, das Ausschüttungsintervall, also ob jährlich oder halbjährlich oder vierteljährlich, also quartalsweise ausgeschüttet wird, was die letzten Monate waren, als ausgeschüttet wurde, die Veränderung der Ausschüttungen von Jahr zu Jahr, also im Vergleich zum Vorjahr oder im Vergleich zu drei Jahren und so weiter. Was uns aber jetzt mal interessiert, sind spezielle Aristokraten-ETFs. Deswegen klicke ich hier mal auf das X, um die Tags wieder zu entfernen und gebe hier einfach Aristocrats ein. Wir kriegen hier schon die Ergebnisse angezeigt. Wenn wir mal auf Enter drücken, sehen wir gleich alle ETFs, die eine Aristokraten-Strategie fahren. Und wir sehen, das sind hier insgesamt elf Stück. Auch diese können wir dann hier wieder über das Ausschüttungstab miteinander vergleichen. Wir werden uns aber jetzt mal zwei im Speziellen etwas genauer anschauen. Gehen wir nochmal hier in die Übersicht, sehen wir, das sind auch die beiden mit dem höchsten Fondsvolumen, also einmal den SPYDER S&P US Dividend Aristocrats, also ein Aristokraten-ETF, der speziell auf die USA setzt, was ja deswegen interessant ist, weil viele Aristokraten ja US-amerikanische Firmen sind, wie wir eben gesehen haben. Aber wir vergleichen den dann auch mal mit einem S&P Global Dividend Aristocrats, also der quasi auf weltweite Aristokraten setzt. Wir werden uns diese beiden jetzt etwas genauer anschauen. Wenn ihr euch die anderen ETFs auch mal anschauen wollt, dann schaut mal unten in die Videobeschreibung. Dort haben wir euch einen Link reingepackt. Wo ihr genau auf diese Filteransicht kommt. Starten wir hier mit dem ersten ETF, nämlich mit dem S&P US Dividend Aristocrats. Hier sind wir dann auf der Profilpage, wo wir alle wichtigen Informationen über den ETF sehen können. Steigen wir hier gleich mal in den Kurschart ein. Hier sehen wir unten diese Pins. Da seht ihr dann immer, wann Dividenden ausgeschüttet wurden und wie hoch diese Dividendenausschüttungen waren. Also jetzt hier zum Beispiel im Dezember waren es 43 Cent. Das Ganze können wir uns dann auch in maximaler Laufzeitlänge anschauen und können auch mal simulieren, wie denn der Kurs verlaufen wäre, wenn wir die Dividendenauszahlung wieder angelegt hätten. Das ist nämlich eine Funktion, die ziemlich wichtig ist, wenn wir zum Beispiel besonders stark ausschüttende ETFs mit nicht ausschüttenden ETFs vergleichen wollen, mit Thesaurierern. Das können wir jetzt hier zum Beispiel mal machen, indem wir diesen Dividenden Aristokraten ETF mit einem klassischen S&P 500 ETF vergleichen. Am besten bleiben wir hier mal beim selben Anbieter. Da habe ich mir die Isen schon mal rausgesucht. Das ist nämlich das bei der S&P 500 ETF. So, wenn wir die beiden jetzt aufeinanderlegen und miteinander vergleichen, dann haben wir hier in grün den Dividend Aristocrats ETF und hier in orange den S&P 500 ETF. Wir sehen, dass der Dividend Aristocrats etwas schlechter gelaufen ist als derjenige, der nicht auf die Dividendenstrategie setzt, aber dass die beiden sich hier nochmal ziemlich stark angeglichen haben. Also wir haben gesehen, dass hier im Crash Anfang des Jahres der S&P deutlich stärker verloren hat als der Aristokraten ETF. Das liegt vor allem daran, dass Dividenden starke Unternehmen in der Regel Value Aktien sind und keine Growth Aktien. Deswegen hat der Aristokraten ETF so gut wie keine Growth Werte, also Technologie und Wachstumswerte in seinem ETF drin. Der S&P 500 aber schon. Und so erklärt sich, dass der stärker vom Crash Anfang 2022 betroffen war. Wichtig auch hier nochmal, es handelt sich hierbei um die Gesamtrendite, also die Dividendenrendite plus die Kurssteigerungen zusammengenommen. Springen wir mal weiter zum nächsten Bereich, der für Dividendeninvestoren natürlich interessant ist, nämlich das ist der Bereich der Ausschüttungen. Bei ETFs spricht man ja nicht von Dividenden. Dividenden ist ja das, was die Aktiengesellschaften zahlen, sondern bei ETFs spricht man von Ausschüttungen. Und hier sehen wir die Ausschüttungen der letzten Jahre. Also wie viele Ausschüttungen gab es in welchem Jahr und auf welche Ausschüttungsrendite komme ich da? Also für das Jahr 2019 zum Beispiel gab es 1,20 Dollar, das sind 2,12 Prozent. Ausschüttungsrendite Jahr 2020 1,37 Dollar und so weiter. Und dieses Jahr 2022 ist natürlich eine Hochrechnung. Das sehen wir auch, wenn wir hier uns das Jahr 2022 einmal anschauen. Da sehen wir nämlich, dass die Ausschüttungsrendite hier erwartet ist. Das liegt daran, dass wir hier nur drei Quartale haben. Der schüttet ja quartalsweise aus. Das bedeutet, in diesem Quartal wird noch eine Ausschüttung kommen. Und wir nehmen da hier einfach zur Simulation das letzte Quartal des Vorjahres. Also das wäre jetzt das Q4 2021, um hier zu simulieren, wo die Dividendenrendite denn liegen könnte. Wie gesagt, das ist erst mal eine erwartete Rendite. Springen wir jetzt noch einmal hoch zu den Basisinformationen und lesen uns mal ganz kurz ins Factsheet ein. Denn hier wird nochmal die Definition festgehalten, was denn Dividendenaristokraten laut der Definition dieses Indexes, nämlich dem S&P US Dividend Aristocrats ist. Ich zoome hier mal ein kleines bisschen rein. Der S&P High Yield Dividend Aristocrats Index umfasst Bestandteile des S&P Composite 1500 Index mit den höchsten Dividendenrenditen, deren Dividendenrendite in den letzten 20 aufeinanderfolgenden Jahre gestiegen ist. Das heißt, die Strategie ist hier, man nimmt sich hier einen Mutterindex, das ist hier der S&P 1500. Und aus diesen 1500 Unternehmen entnehmen wir die Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite, die aber gleichzeitig auch das Kriterium erfüllen, in den letzten 20 Jahren ihre Dividende Jahr für Jahr gesteigert zu haben. Wie gesagt, hierbei handelt es sich um US-amerikanische Unternehmen. Schauen wir uns das Ganze jetzt einmal für den Spider S&P Global Dividends an und vergleichen den mal mit dem US-Pendant. Gehen wir zunächst einmal hier auf die Basisinformationen und öffnen auch das Factsheet. Hier sehen wir, dass der S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index darauf ausgerichtet ist, die Wertentwicklung von Unternehmen mit hohen Dividendenrendite innerhalb des S&P Global BMI zu messen, die, das ist also sozusagen der Mutterindex, die seit mindestens 10 aufeinanderfolgenden Jahren eine Ausschüttungspolitik verfolgen, welche auf die Erhöhung oder Beibehaltung von Dividenden abzielt und gleichzeitig eine positive Eigenkapitalrendite und einen positiven operativen Cashflow aufweisen. Das heißt, hier haben wir schon eine andere Definition. Erstens mal muss hier nur 10 Jahre lang die Dividende entweder aufrechterhalten worden sein oder sogar gesteigert worden sein. Das Steigerungskriterium war ja bei der US-Variante Pflicht gewesen. Das heißt, nur aufrechterhalten hätte hier nicht gereicht. Interessant finde ich aber hier die Aspekte, dass darauf geachtet wird, dass ein positiver operativer Cashflow erzielt wird. Das halte ich für ein sehr sinnvolles Kriterium, denn es gibt ja Unternehmen, die Dividenden aus dem Bestand heraus bezahlen. Also die auch dann eine Dividende bezahlen, wenn sie eigentlich im operativen Geschäft einen Verlust gemacht haben. Dazu können sie zum Beispiel Kredite aufnehmen oder stille Reserven auflösen. Das ist natürlich nicht sonderlich nachhaltig, können aber gewisse Unternehmen deswegen tun, weil sie ihre Dividendenhistorie nicht unterbrechen wollen, um gerade noch weiterhin als Aristokraten zu dienen. So etwas kann man ruhig mal in einem Jahr machen, quasi auf die Substanz zehren, sollte aber nicht langfristig der Fall sein. Denn dann haben wir zwar eine schöne Dividende, aber höchstwahrscheinlich einen sehr fallenden Aktienkurs. Wir sehen, die Strategien unterscheiden sich. Vergleichen wir diese beiden ETFs doch jetzt einfach mal im Chart miteinander. Da gehen wir hier nochmal auf die Seite der globalen Variante und gehen hier mal in den Kurs. Geben hier einmal die ISIN der US-Variante ein und lassen die beiden einfach mal miteinander vergleichen. Und da sehen wir auch, dass die US-Variante deutlich besser gelaufen ist. Die hat nämlich seit dem Vergleichszeitpunkt, also der Vergleichszeitpunkt ist immer das jüngere Datum der beiden Auflagedaten. Das bedeutet, wir können natürlich nur beide ETFs miteinander vergleichen, wenn es diese ETFs zu dem Zeitpunkt schon gab. Also hier geht es quasi in 2013 los. Seitdem haben die US-Dividendenaristokraten 215% plus gemacht und die globale Variante nur in großen Anführungszeichen 83% plus. Das war soweit auch schon ein kleines Tutorial, wie ihr Dividendenaristokraten finden könnt und wie ihr euch das Ganze anschauen könnt. Wie gesagt, den Link zu unserer Suche findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Fassen wir jetzt noch einmal ganz kurz zusammen. Bei Aristokraten oder bei Dividendenzahlenden Unternehmen im Allgemeinen handelt es sich in der Regel um Value-Aktien, die ein etabliertes Geschäftsmodell haben. Wenn ihr auf Ausschüttende ETFs setzt, kann das ein psychologischer Booster für euch sein, denn wenn ihr noch unerfahren an der Börse seid, ist es ganz cool, regelmäßig mal Cash-Überweisungen auf das Depot zu bekommen, um zu sehen, ah, das lohnt sich sogar. Ihr solltet euch auf Dividenden aber auch nicht verlassen, denn Dividendenzahlungen sind nicht garantiert und sind natürlich stark von der Geschäftsentwicklung des entsprechenden Unternehmens abhängig. Gerade im Corona-Crash haben wir zum Beispiel gesehen, dass viele Unternehmen stark ihre Dividenden kürzen mussten. Hinzu kommt, dass wenn ihr auf solche Aristokraten-ETFs setzt, dass ihr dann deutlich weniger diversifiziert seid. In der US-Aristokraten-Variante, die wir uns eben angeschaut haben, sind gerade mal 122 Aktien enthalten. Das ist natürlich mit einem MSCI World oder selbst einem S&P 500 kaum vergleichbar. Außerdem müsst ihr immer darauf schauen, wo denn die Dividenden herkommen. Sie sollten nicht aus der Substanz bezahlt werden, sondern das Unternehmen sollte auch profitabel wirtschaften, um diese Dividenden auch wirklich zu verdienen. Das geht bei ETFs natürlich nur sehr schwierig, denn dann müsstet ihr jedes einzelne Unternehmen prüfen, was in diesem ETF drin ist. Ich hoffe, das war hilfreich für euch gewesen. Ich weiß, dass wir einige Dividenden-Füchse in der Community haben. Ich hoffe, dieses Tool hilft euch dabei. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und abonniert auf jeden Fall den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich habe das Video.